abenteuer punkte dafür da muss ich das mal machen weil da muss ich mal so sehen dass ich immer alles hochkriege ich muss noch fehlt noch der erfolg für alle zauber die ein charakter gelernt hat also ein charakter ziemlich viel zauber gelernt hat die ganzen gifte wieder gegen die flämme nicht im kampf ein bisschen kann weg so wird das kann man auch für besehnte will eine schamanen freie taschen 4 die behalte so wie haben wir 4 2 2 3 4 2 so gut es kann man doch geht an dich dann kannst du nämlich noch einen zauber tranken nehmen und du darfst den jennerviertel dann bekommst du noch einen platz mehr für einen meisterlichen heiltrank jetzt gehen wir erstmal zum schmied weil dann haben wir soweit alle nebenquests erledigt eine ist dann noch offen aus der erweiterung aber die haben wir noch gar nicht angenommen die kommt dann noch eine klinge oder zwei weil ich das richtig nämlich im kopf hatte kann man die erst im nächsten kapitel also zum ende hin sind das vielleicht die klingen von adalassa unglaublich und wie fein sie gearbeitet sind könnt ihr den spieß wieder zusammensetzen so dass man in einem drachen in die flanke haben kann das wäre mir eine ehre kommt einfach morgen wieder hier ist das prachtstück das ging aber schnell so was habt ihr anzubieten ich will noch eben schnell den gürtel verkaufen den händler halten und dann muss ich mal eben munition auffüllen hier weil hier ist nur noch ein jagdpfeil drin das geht gar nicht aber was haben spären das ist das für die karte 2w 6 plus 2 und plus 1 und das finde ich gut was ist das hier Alte Achadachraffa. Da ist der Adalassa. Den nehmen wir. Mhm. Ein bisschen Bolzen, Bolzen. Passt. Du hast... ...da keine Bolzen in dem zweiten Fach. Mach das mal. Es sind noch Jagdbolzen und Jagdbolzen. Aber wieso ist denn jetzt... Kann ich die... Ach, kann ich nicht zusammentun, ne? Dann verkauf ich den einen Pfeil. Das ist doch blödsinn. Damit ich den dann danach, ne? Und der wird auch verkauft. Schließen. Und dann... Und dann... Gehen wir hier raus. Und da können wir jetzt endlich mal die Hauptquest weitermachen. Die, ähm... Die, ähm... Die noch auf uns wartet. Muss mal ganz kurz was schauen. Äh... Achso, gut, gut, gut. Mal eben so nebenbei auf dem Handy so ein bisschen rumgeguckt. Dann ab zum Gefängnis von Neta. Das ist eine weite Strecke, die wir jetzt hinter uns hinlegen. So viel. Das ist schön. Propheten. Ich kann nicht sagen, dass ich diesen Ort vermisst habe. Haben wir einen Plan? Lasst mich reden. Mir wäre lieber, du hältst den Mund. Nicht so grimmig. Die kriegt er schon hin. Willkommen, Neuankömmlinge. Lasst die Schrecken der Welt hinter euch. Wie, Niams Schwester? Und doch anders. Lasst mich prüfen, ob ihr die Wahrheit liebt oder die Schatten. Welchem Gott vertraut ihr? Ähm... Ja... Keinem? Keinem. Kein Gott ist der Gott der Feiglinge. Ich habe geahnt, dass sie falsch sind. Tötet sie. Ups! Ne, ich möchte das bitte nochmal neu machen. Oh, ich hab... Ja, wir hätten nur auf Aurelia hören sollen. Ist egal, jetzt kloppen wir uns hier durch. Entschuldigung. Entschuldigung, du kannst den Adalasser gleich ausdrücken. So, tot. Das ärgert mich jetzt ein bisschen, weil... Ich wusste, wenn man die richtigen Antwortmöglichkeiten wählt, kann man, ähm... Äh, 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 konnte man da rauskommen. Dann hätte man ohne Kampf hier weiter gekonnt. Zack. So, noch einer weg. Aber dann müssen wir das jetzt so hinnehmen. Aber wenn es ja klar ist, ist das namenlose Flüstern. Also hätte man ja drauf kommen können, dass es... Sie sagt ja auch noch, lasst mich reden. Wir hätten eigentlich immer nur Aurelias Antwort, glaube ich, nehmen müssen. Aber egal. Oh ja, der macht gut Schaden, der Adalasser. Der ist klasse. Zack, damit räumen wir hier so auf. Ich brauche hier hinten noch nicht mal zaubern, wirklich. Ähm, deswegen hebe ich mir mal die Astral-Punkte ein bisschen auf. So, guck mal an. Da haben wir noch einen Schuss drauf. Thema ist gegessen. Jetzt sind es nur noch die beiden Bogenschützen. Das machen unsere Leute hier zusammen. So, ihr macht mal kurz Pause. Aurelia. Ja, 16. Zurbaran. Drei. Das machen wir mit einem dreifach Schuss, damit um ganz sicher zu gehen. Und damit ist das Thema erledigt. Ja, wir sind halt ein bisschen stärker geworden. Sicher, sicher, sicher. Wir sind so Briganta. Äh, Brigantina. Nehmen wir alles. Lässt sich alles zu Dukaten machen. Da, da hinten sitzt die Zuflucht der Propheten. Hätte ich das jetzt an das Eiseln durchlaufen können? Oder gibt's das nur... Verschlossen? Kann jemand das Schloss aufbrechen? Welches Schloss? Wartet mal. Als ich hier eingesperrt war, habe ich gesehen, wie der Hauptmann etwas in die Tür eingesetzt hat. Eine Sonnenscheibe aus Messing. Achso. Gut. Jetzt müssen wir doch ein bisschen mehr machen. Ab, hier zu den Zellen schon mal. Ich nehme ja alles mit, was geht. Wäre auch blöd für nichts. Das sind ja auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Und Erfahrungspunkte sind hier jetzt essentiell wichtig. Das sind das A und O. Aurelia. Pferderkampf. Aurem. Attacke. Sollte das hier erledigt sein? Was ist das eigentlich? Spinne. Mhhh. Einmal hier warten. Zorberan. Du machst da mal einmal... einen Feuerball. Wie kann ich denn? Na toll. Jetzt treffe ich nur ein damit. Das ist natürlich blöd. Ne, dann ist das doof. Ähm. Dann nochmal hier. Ah. Dann machen wir mal so eine Kugel. Treffen wir uns zwar selber bestimmt auch noch mit. Ja, aber... 4-6 Schaden kann ich hinnehmen. Wir haben genug Lebenspunkte. Das können wir mal verdauen. Du bist gleich ein Naurum verkloppt. Machen wir die. Ja. Schön. Äh. Naurum. Äh. Tarkate meine ich. Schön noch einen, äh. Passierschlag passiert. Das gefällt mir. Ja. Gift. Das war klar. So. Du kriegst gleich noch welche auf die Fresse. Äh. Nimm mal den weg. Der nervt. So. Wir nehmen uns den mal zur Seite. Nimm mal den weg. So. Das ist jetzt beide Mann. Einer. Sehr schick. So. Den kannst du mal eben. Kann ich jetzt, äh. Wirg mal jetzt kann ich beide treffen. Das ist gefährlich. Ja. Mach ich zwar nicht. Ich muss den stärker machen. Nee. Nein. Das ist nicht. Das war scheiße. Naurum hätte ich hier unten stehen müssen. Da hätte ich einen schönen Befreiungsschlag machen können. Da hätte ich alle getroffen. Oh. Mal weg da. Nein. Was soll denn das? Du sitzt hier wegmachen. Wir blieb paar Leben werde ich jetzt keine Zauber mehr rausschmeißen. So. Noch eine Angriff und jetzt triffst du auch. Geht doch. Haben wir jetzt einen Plan? Diese Prophetin ist Niams Schwester. Wir können sie nicht einfach erschlagen. Sie war Niams Schwester. Jetzt ist sie eine Hülle des namenlosen Flüsterns. Alles was sie einmal war ist ausgelöscht. Ich fürchte wir haben keine Wahlen auf ihm. Nee. Leider nicht. So. Ich will meine Beute. 121 AP. Das ist doch schon mal was. Ach komm. Die nehme ich mit. Hat sowieso keine Traglast. Also daher. Jetzt gehen wir erstmal noch hier zum Wachraum. Die arme Arme Niam. Hallo. Kollegen Schnürschuhe und so. Irgendwie muss man eben eine Runde warten. Oh. 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 Du kannst hier schon was machen. Hau dir mal um. Dass der schön liegen bleibt. So. Hier mal eben warten. Ist hier irgendwas interaktiv? Ah nur der Tisch. Ja. Ähm. Hier wäre natürlich. Ähm. Hier ist doch ein Feuerball bestimmt. Ja. Eigentlich nett. Ne. Aber. Ich mach's mal mit der Kugel. Oh nein. Er misslingt. So. Ähm. So. So. Einmal Scharpfütze. So. Die kommt auch noch an. Die kommt auch noch an. Also bei der Karte. Naurem. Und bei Naurem. Super. Da kann ich gleich eine Befreiung schlagen. So. Aurelia. Du bist auch noch dran. Feuer. Die. Kann nur sie anvisieren. Das reicht schon. Tarnate. Macht mit 13. Erheblich guten Schaden. Jetzt kann ich. Wow. 34. Das ist ähm. Nice. Ne. Komm. Ich will aber dass du. Die drei da oben anvisierst. Das ist ähm. Ist das jetzt so schwer? Geht doch. So. Hat's da einen jetzt zerlegt? Oder? Nö. Den hat's aber zerlegt. So. Der lebt noch. Der liegt aber. Der hat nur noch fünf. So. Da brauche ich jetzt keine großen äh. Zauber mehr ausspielen. Der ist erledigt. Und auch immer hier nochmal drauf. Und dann. Ist der Wachraum auch. Durch. Sind nochmal 121 AP. Sollte man mitnehmen. Jetzt können wir uns hier um den. Um die Folterkammer wieder abkümmern. Hier fing ja alles soweit an. Ach Skelette. Oh nein. Na. Warten. Äh. Du kannst ja nichts noch zaubern. Ein Flammenstrahl. 25 Feuerschaden. Du stellst dich da mal eben hin. Sind eh immun, ne? Ja. Ja. Das heißt dann Karte kann noch was machen. Das war's dann aber eigentlich auch schon. Aurelia. Die hat nur noch 10 AP. Da kann ich irgendwie ob ich eventuell noch was machen kann. Wir müssen hier auch noch auf ähm. Sklaventod und Kurzschwert wechseln. Ja. Ja. Ein Papierschlecker ledig. Das ist doch gut. So. Das sind aber nur 3 Kilometer. Also das ist echt nichts. Das ist ja nichts, ne? Also hier. Was haben wir hier? Zauber. Hier komm. Schlammstrahl. Geht nicht. Geht das jetzt? Bestimmt. Jetzt geht's. Er sich erledigt. Nun hast du gar nichts. Hörst sie noch an. Und damit ist das Thema durch. Meintest du diese Sonnenscheibe? Das ist sie. Und da haben wir die Sonnenscheibe. Und wir kriegen nochmal 121 AP. Mensch. Hier zieht sich Rocklimas letzte Schwert. Kriegspfeile. Jagdpfeile. Sehr schön. Gefällt mir. Ich muss das Schwert mal eben vorher angucken. Waffen, 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 Rocklimas. Wow. Wow. Das sieht gut aus. Und. Dazu dann. Hier so ein Sklaventot in die Nebenhand. Ja, ne? Und dann kurz Schwert. Naja, nimm so. 1-2 gleich lange. Passt schon. Stört mich nicht. Im Waffen-Set 2 werde ich mir aber nochmal eben, äh, die Kriegsfeile geben. Da reinziehen. Auch wenn es nur 4 sind. Obwohl. Ich werde hier auch die Jagdpfeile reinpacken. Weil, ähm. Das halt eben. Weil ich doch schon viele Pfeile ja verbrauche. Und 4 Kriegsfeile, das geht gar nicht. So. Was wollte ich denn noch? Ach hier Aurelia. Du darfst nochmal eben Items. Du darfst nochmal eben einen guten Zaubertrank nehmen. So. Bitteschön. Und, äh. Zuberan. Du aber auch bitte. Mal hier. Nimm den nochmal. Warte. 500 Ups. Haben wir gleich gelesen. Den Kleid hätte ich gar nicht gebraucht. Aber. Na gut. So. Hier ist noch ein Kampf. Den nehmen wir noch mit. Weil ich will ja die AP haben. Wir haben auf jeden Fall. So. Was haben wir denn hier auch noch so ein paar verrückte wieder. So. Runde 1. Ähm. Naurem. Du stellst dich mal bitte hier hin und wartest. Aurelia. Du stellst dich hier hin und schießt. So. Und, ähm. Souveran. Du darfst ihn hier beschießen. Und zwar. Warte mal. Ich stelle ihn hier hin. Und dann darfst du in der Hoffnung, dass die Kugel nur ihn trifft. Ja. Aber nur mit 6. Das ist natürlich mega mies. Äh. Ich zerschieb mal das Öl. In der Hoffnung, dass das bringt. Wer ist das denn eigentlich? Das ist ein Diener. Auch ein Diener. Der sieht halt ein bisschen dicker aus. Deswegen. Geht da mal schön hin. Das wäre natürlich blöd. Weil da sind jetzt natürlich wieder keiner rein. Ja. Gib ihm. So. Ähm. Du stellst dich hier hin. Und dann können wir jetzt hier einen Befreiungsschlag machen. Dann treffen wir wenigstens beide. Dann haut ihn nämlich aus den Latschen. Und ihn schiebt das zu. Zurück. Dann gerade kann ich auch fliegen gehen. Aurelia hat nur noch 2. Oh. Blöde Sau. Stirb. Und hier können wir mal so einen kleinen Feuerball reinschmeißen. Da wäre ich ja schon Stufe 1 eigentlich. Ja. Ist das ein bisschen brennt. Ich werde das nur mal anzünden. Ich weiß, dass das nichts gebracht hat. Aber ich wollte ihn halt mal anzünden. So. Und Aurelia wird nächste Wunde drauf geben. So. Und tschüss. Weil irgendeiner wird auf Aurelia schießen. Und ihr 2 Schaden machen. Ne. Alle gehen auf Norum. Also siehst du sag ich, da kommen die 2 Schaden. So blöde Pottsau. Ähm. Hier. Norum hol ihn dir. Dankeschön. Tag Karte. Du gehst hier hin. Danke. Ähm. Da hab ich einen Bolzen. Und für dich machen wir auch schön 3 Pfeile. Und du weißt allen 3 aus. Das ist doch eine blöde Pottsau. So. Gehen wir mal da hin. Du kannst uns nicht ewig entkommen. Dann. Das kannst du nicht. So. Einfach weil es kann, mach ich das mal eben. Da reicht er natürlich aus. Und nochmal. 3 Pfeile. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Zwergnase. So. Ich bahne mir hier meinen Weg. Ja. Placierschläge sind das für eines. Damit ist der Kampf erledigt. La 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 la. Und wieder 121 AP. Mensch. Oh. Guter Zaubertrank. Proviant. Das ist schön. Und Heiltrank. 2 Stück. Die können wir dann nicht mehr machen. gleich mit Aurelia pumpen. Weil die hatten es nämlich bitter nötig. Abbrechen. Weil die nehmen wir ja sowieso nicht so wirklich. Wir haben auch viel zu viel Gepäck wieder dabei. Muss ich mal eben gucken. Oh ne. Wir haben halt. Natürlich immer so ein paar Benachteiligungen. Und das werfen wir mal weg. Das ist eine Dukate. So viel brauchen wir eh nicht mehr. Oh ne. So eine Sense. Die ist ein bisschen schwer. Ähm. 3,5. Ah. Nur noch 149. Die Sicht kann auch weg. Ich würde ganz gerne. Gewichtstechnisch im grünen Bereich bleiben. Ja. Kurzweil kann auch weg. Jetzt müssen wir noch irgendwie eine Kleinigkeit loswerden. 0,25 Steine kommt. Das kann auch weg eben. Ach hier. Ich muss mal eben auf alle drei gehen. Äh. Ach hier sind die ganzen Täubern. Na guck mal. Ein Stiefel wegwerfen. Und schon sind wir im. Im grünen Bereich. Müssen gleich mal verkaufen gehen halt. Ja.